so charakter eigenschaften dick grayson aka nightwing begabter akobat rasante kombos experte mit eskrimer steppen so dann haben wir noch tim drake als aktuellen robin charakter eigenschaften tarn spezialist taktisches genie und meister mit dem langstock jason todt aka the red hood karaktereigenschaften ruhestärke schläger kraft paket und meister schütze ok der haut wahrscheinlich dumm und dämlich drauf